Das Intervallfasten ist eine beliebte Abnehmmethode. Viele Fasten in dem Glauben, besonders schnell und effektiv Fett verlieren zu können. Ein internationales Forscherteam hat vor diesem Hintergrund geprüft, wie gut sich das Intervallfasten tatsächlich als Abnehmmethode eignet und es mit einer herkömmlichen, kalorienreduzierten Diät verglichen. Die daraus resultierende Studie wurde im Fachjournal Science Translational Medicine im Juni 2021 veröffentlicht. Dabei ist man zu interessanten Ergebnissen gekommen, die ich dir in diesem Video vorstellen möchte. Klären wir dafür aber zunächst die Methodik der Studie. Es handelt sich um eine randomisierte, kontrollierte Humanstudie, an der insgesamt 36 normalgewichtige, gesunde Personen teilgenommen haben. Nachdem die Teilnehmer eine vierwöchige Überwachungsphase zur Erfassung ihrer Ernährungsgewohnheiten und körperlichen Aktivität absolviert hatten, wurden sie über einen Zeitraum von drei Wochen nach dem Zufallsprinzip in drei unterschiedliche Diätgruppen mit je zwölf Probanden eingeteilt. Dabei führten die Teilnehmer der ersten Gruppe eine herkömmliche Kalorienreduktionsdiät durch, ohne einem bestimmten Fastenprotokoll zu folgen. Sie nahmen täglich 75% ihrer täglichen Kalorien auf und dienten als Kontrollgruppe. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe praktizierten eine hypokalorische Form des alternierenden Fastens. Sie verzichteten jeweils einen Tag vollständig auf Nahrung und nahmen am darauffolgenden Tag 150% ihres Energiebedarfs auf. Somit haben sie im Schnitt 75% ihres Kalorienbedarfs gedeckt und ein Kaloriendefizit erreicht. In der dritten Gruppe wurde ebenfalls alternierend gefastet, allerdings bei isokalorischer Ernährung. Die Teilnehmer haben nur jeden zweiten Tag etwas gegessen, dafür aber 200% ihrer täglichen Kalorien zugeführt, sodass sie im Schnitt 100% ihres Energiebedarfs gedeckt haben. Dabei hat man Daten für drei primäre Endpunkte gesammelt und zwischen den Gruppen verglichen. Der erste Parameter war die Körperzusammensetzung der Teilnehmer. Man wollte herausfinden, wie effektiv die Teilnehmer der verschiedenen Gruppen Fett abbauen und wie gut fettfreie Masse erhalten bleibt. Außerdem hat man die Komponenten des Energiehaushalts erfasst, um genau feststellen zu können, inwieweit es zu kompensatorischen Stoffwechselreaktionen und Verhaltensanpassungen kommt, die Einfluss auf den Energieverbrauch haben. Der dritte Parameter war der postprandiale Stoffwechsel. Hierzu hat man vor und nach der Intervention Messungen durchgeführt, um langfristige Auswirkungen auf die Stoffwechselgesundheit zu erfassen, die sich unabhängig vom Gewichtsverlust eingestellt haben. Dabei wollte man die Annahme prüfen, dass das Fasten zu einer kompensatorischen Hemmung des Energieverbrauchs führt und metabolische Gesundheitsmarker unabhängig vom Abbau von Übergewicht verbessert. Schauen wir uns jetzt einmal die Ergebnisse an. Zunächst für die Körperkomposition. In der Gruppe, die isokalorisch alternierend gefastet hat, ist es zwar zu einer leichten Gewichtsreduktion um durchschnittlich 0,52 kg gekommen, die Gewichtsveränderung lag im 95%-Konfidenzintervall, allerdings zwischen einer Abnahme von 1,21 kg und einer Zunahme von 0,18 kg und war statistisch nicht signifikant. Das zeigt, dass ein Kaloriendefizit immer noch entscheidend für Gewichtsverlust ist. Wer kein Kaloriendefizit in der Ernährung erreicht, wird auch nicht signifikant Gewicht verlieren. Die bloße Einhaltung des Fastenzeitfensters reicht nicht aus, um abzunehmen. Hier haben die Teilnehmer schließlich ganze 24 Stunden gefastet. Bei kürzeren Fastenphasen von zum Beispiel 16 Stunden im Rahmen der 16 zu 8 Methode ist bei isokalorischer Ernährung somit erst recht nicht von einem Gewichtsverlust auszugehen. In der Diätgruppe und der hypokalorischen Fastengruppe hingegen ist es zu einem deutlichen Gewichtsverlust gekommen, der in beiden Gruppen ähnlich groß war. Schließlich wurde in beiden Gruppen eine Kalorienreduktion um durchschnittlich 25% erreicht. So hat die Diätgruppe durchschnittlich 1,91 kg und die Fastengruppe durchschnittlich 1,60 kg verloren. Einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen gab es bei der Quelle des Gewichtsverlusts. Während bei der Diätgruppe 1,75 der 1,91 kg, also über 90% aus dem Fettaubbau stammten, kam bei der Fastengruppe nur 0,74 der verlorenen 1,60 kg, also etwas über 45%, aus dem Abbau von Körperfett. Der Rest des Gewichtsverlustes ging auf fettfreie Körpermasse zurück. So hat die Fastengruppe ganze 0,75 kg an fettfreier Körpermasse verloren. Die Diätgruppe hingegen hat nahezu keine fettfreie Körpermasse verloren, im Durchschnitt lediglich 0,03 kg. Vorsichtig muss man mit der Schlussfolgerung sein, dass die Fastengruppe mehr Muskulatur verloren hat. Die fettfreie Körpermasse bezeichnet nämlich das Körpergewicht nach Abzug der Masse des Körperfetts. Neben der Muskelmasse sind auch andere Bestandteile, wie Glykogen und Wasser enthalten, die möglicherweise zu der Veränderung beigetragen haben. Insofern kann man nicht mit Sicherheit sagen, dass der Unterschied zwischen beiden Gruppen auf einen erhöhten Muskelverlust in der Fastengruppe zurückzuführen ist, auch wenn ein gewisser Abbau von Muskulatur bei einer kalorischen Einschränkung normal ist. Fakt ist aber, dass die Fastengruppe signifikant weniger Fett verloren hat, als die Kontrollgruppe, die eine herkömmliche Diät durchgeführt hat. Wobei interessanterweise das viszerale Fett, also das innere Bauchfett, in beiden Gruppen etwa gleich stark zurückgegangen ist. Dieser Rückgang ist gesundheitlich vorteilhaft, da exzessives Bauchfett inflammatorische Adipokine freisetzt, die die Entstehung einer Insulinresistenz begünstigen und das Risiko für Diabetes erhöhen. Den geringeren Fettverlust in der Fastengruppe trotz in Summe gleicher Kalorienzufuhr führen die Autoren zumindest zum Teil auf einen verminderten Kalorienverbrauch zurück. Man hat nämlich festgestellt, dass es in der Intervallfastengruppe zu einem kompensatorischen Rückgang der Thermogenese im Fettgewebe der Teilnehmer gekommen ist. Hauptsächlich aufgrund einer reduzierten körperlichen Aktivität. Derartige Aktivitätsrückgänge sind in den anderen Gruppen nicht aufgetreten. Weder in der Diätgruppe, noch in der isokalorischen Fastengruppe. Deshalb heben die Autoren hervor, dass es beim alternierenden Fasten wichtig ist, sich ausreichend zu bewegen, um den Energieverbrauch aufrechtzuerhalten und dem Abbau von Muskelmasse vorzubeugen. Auch beim Bauchumfang hat sich die klassische Diät als effektiver erwiesen. So hat die Diätgruppe durchschnittlich 2,4 cm an Bauchumfang verloren, während die Intervallfastengruppe nur um 1,7 cm schlanker geworden ist. Das Intervallfasten ohne Kalorienreduktion erwies sich auch hier als erfolglos. Interessanterweise hatte keine Intervention einen signifikanten Einfluss auf kardiometabolische Gesundheitsmarker, wie den Blutzuckerspiegel, Insulinspiegel, Cholesterinspiegel oder die Triglyceridwerte. Weder nüchtern noch postprandial, also als Reaktion auf die Nahrungsaufnahme nach der Intervention. Zusammengefasst hat sich alternierendes Fasten bei gesunden, normalgewichtigen Personen als weniger effektives Mittel zum Fettaubbau erwiesen als eine kontinuierliche kalorische Einschränkung, ohne einen Nachweis fastenspezifischer Auswirkungen auf die Stoffwechselgesundheit. Dabei muss man positiv hervorheben, dass es sich um eine randomisierte, kontrollierte Studie handelt, die isokalorisches und hypokalorisches Intervallfasten mit einer kontinuierlich hypokalorischen Diät vergleicht. Das ist methodisch die beste Variante, um die Effekte des Intervallfastens zu isolieren und getrennt von der damit meistens verbundenen Kalorienrestriktion zu untersuchen. In vielen anderen Studien zum Intervallfasten findet nämlich eine ungewollte Reduktion der Kalorienzufuhr statt, ohne dass es eine kontinuierlich hypokalorische Kontrollgruppe gibt. Somit besteht die Möglichkeit, dass ein Teil der festgestellten Effekte des Intervallfastens nicht durch die Fastenintervalle selbst entsteht, sondern durch die ungewollte Kalorienrestriktion. Die Studiendauer von drei Wochen ist zwar ausreichend, um schnell veränderliche Stoffwechselvariablen zu untersuchen, sie lässt aber keine Aussagen über die langfristigen Wirkungen und Nebenwirkungen des Intervallfastens zu. So ist es möglich, dass man manche positive oder negative Effekte nicht erfasst hat, die sich erst nach mehreren Monaten eingestellt hätten. Die Studie umfasst zudem mit insgesamt 36 Probanden relativ wenige Teilnehmer, was die Aussagekraft einschränkt. Nicht zwangsweise eine Kritik, aber ein Punkt, den man in Bezug auf die Stichprobe beachten sollte, ist, dass es sich ausschließlich um gesunde und normalgewichtige Teilnehmer handelt, bei denen kaum Veränderungen des Stoffwechsels zu erwarten sind. Insofern kann der Grund für das Fehlen von Stoffwechselverbesserungen gewesen sein, dass die Werte der Teilnehmer schon gut waren und kein Potenzial hatten, sich zu verbessern bzw. zu normalisieren. Dabei muss man aber auch hervorheben, dass man hier nicht über Fasten oder Intervallfasten im Allgemeinen sprechen kann. Es gibt viele verschiedene Methoden des Intervallfastens und des Fastens im Allgemeinen, die sich ganz unterschiedlich auswirken. Die Ergebnisse lassen sich nicht einfach auf andere Fastenmethoden, wie das 16 zu 8 Intervallfasten oder das Heilfasten nach Buchinger übertragen. Wenn du wissen möchtest, was mit deinem Körper passiert, wenn du wesentlich länger, nämlich ganze 20 Tage fastest, schau dir gerne mein Video zu dem Thema an. In dem Video gehe ich darauf ein, wie sich längere Fastenphasen auf das Körpergewicht, den Bauchumfang, Blutdruck, Cholesterinspiegel und viele weitere Parameter auswirken. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!